Hey Leute, was geht? Und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Alter. Leute, ich bin gerade ein kleines bisschen krank, deswegen sorry, wenn meine Stimme gerade ein bisschen komisch klingt, beziehungsweise bin ich aus der wie größten Mülltonne, Alter. Ist aber egal, Leute, wir müssen trotzdem ein paar Videos draus ballern, denn Leute, ihr wartet die ganze Zeit drauf und ich kann euch nicht im Stich lassen. Deswegen haben wir heute mal wieder den guten Schmocki mit dabei. Hallo, Achmed. Wie geht's? Guten Morgen, Schmocki. Budak ist auch dabei. Wieder am fressenden Fettsack, Alter. Und, äh, Andrei. Was geht ab, Alter? Was geht ab, Alter? Leute, heute machen wir mal wieder Glücksrad-Modus in Fortnite. Haben wir echt richtig lange nicht mehr gemacht, deswegen hab ich mir gedacht, komm, verbinden wir das dieses Mal mit ein kleines bisschen V-Bucks. Ihr könnt schon sehen, hier unten haben wir verschiedene V-Bucks stehen. Also, Leute, wenn der Ball halt hier drauf landet, hat man eben 2500 V-Bucks, hier 1500 und so weiter. Aber wie das Ganze funktioniert, Leute, kommt jetzt im Erklärungspart. Und somit willkommen, Leute, zum Fortnite-Glücksrad-V-Bucks-Modus. Das Ganze ist eigentlich ziemlich einfach zu erklären. Ihr könnt schon sehen, wir haben hier unser riesiges Glücksrad aufgebaut. Da werden jetzt gleich alle ihre Bälle runterwerfen und da, wo der Ball halt eben landet, hat man halt sozusagen ein Feld mit einer Zahl und einem random Lama. Und in jedem Lama ist halt eben eine Waffe drin, die man sich sozusagen rausholen kann. Wenn jeder drei Würfe gemacht hat, addieren wir die V-Bucks und dann suchen wir uns eben die Teams aus. Sprich, wenn jetzt ich und Brudak im Team sind, dann kommen unsere V-Bucks zusammen und wir kämpfen sozusagen gegen André und Schmocki. Und das Verlierer-Team muss dann halt eben am Ende des Videos die V-Bucks verlosen, Leute. Um mitzumachen, folgt mir einfach auf Instagram und tragt meinen Creator-Code KidMap im Shop ein, Leute. Ganz easy. Ich würde aber sagen, Leute, jetzt hier viel Spaß mit dem Video und, äh, ja, was, ja, keine Ahnung, viel Spaß. Ich bin krank. Okay, ich würde sagen, wir werfen jetzt erstmal die Bälle und danach würfen wir halt, wie die Teams sind. Von daher, wer will anfangen? Ich will anfangen. Okay, Brudak, mach du zuerst. Oh, oh, er ist bei? Oh, ja. Nein, ja, 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 ja. Oh mein Gott. Bam, Jüge. Oh, lol, André? Äh, ja. Äh, äh, äh. Er stand, er stand, er stand. Äh, okay, Leute, aber er stand bei 500 V-Bucks, sprich, Brudak muss 500 V-Bucks gleich auf sein Konto dazurechnen. Und übrigens, Leute, wenn ich es noch nicht gesagt habe, am Ende werden die V-Bucks eben verlost. Deswegen, Leute, um teilzunehmen, checkt mein Instagram ab, folgt mir da und dann könnt ihr die V-Bucks gewinnen. Okay, Leute, Brudak öffnet noch kurz seine Kiste und... Oh, geht fit, Brudak. Ja, immerhin eine AR. Ich würde aber sagen, Leute, jetzt kommt der richtige Pro, Alter. Wir werfen jetzt mal ganz kurz. Von daher, drei, zwei, eins. Oh, okay, aber der war gut. Der war gut, der war richtig gut, Digga. Uff, wo ist der Ball hin? Das ist alles getroffen, Mann. Oh, okay. Komm, komm. Ja, nein, nein, Digga. Oh, was sind gleich Sachen, Digga. 2.500 V-Bucks. Warum? Je höher die V-Bucks, desto besser sind die Waffen. Ich würde sagen, ich gönne mir, ich nehme mir eine Miste, ich nehme die. Okay, Leute, ich gönne mir mal dieses Lame und... Oh, aber die ist krass, weil auf Kopf macht die 197 Schaden. Echt? Ja. Okay, Leute, André und Schmocky machen jetzt beide gleichzeitig, aber André hat keinen Ball, deswegen übelst du mit dem Puck, Alter. Aber, Jungs, seid ihr bereit? Let's go. Gipi. Go. Okay, mal gucken, André hier mit dem Puck-Techniker, Mann. Esso, Alter. Und? Schmockys Ball, ne, bei? Oh, das war 3.000. What? Und André bei? Wo? Ich bin bei 3K gewesen, hier. 3.000? Wo ist der Puck-In? Ja, der ist schon weg, aber der war hier, genau. Achso, okay. Aber, Leute, der war bei 3.000, warum freust du dich? Digga, du musst 3.000-Bucks-Techniker. Ich bin so dumm. Bist du so dumm? Der war bei 1.000. Er war bei 1.000. Aber dafür darfst du jetzt eine Waffe aussuchen und bei 3.000, Digga, ist bestimmt ein richtig geiler Loot drin, Alter. Der linke oder rechter Arsch. Boah, gönn dir, Digga, nimm richtig. Okay, den. Und? Golde Pau. Boah, ich weiß, was da drin ist. Uuuuh. Ist okay. Ist okay, Digga. Ist okay. Aber warte mal, ich krieg gar keine Waffe? Nö. Wenn du bei 0 bist, hast du keine Waffe, Bruder. Alles klar. Aber wir haben jetzt noch einen zweiten Turn, Digga. Das kann jetzt vieles entscheiden. Nächster Versuch, Leute. Ich und Bruder werfen jetzt beide gleichzeitig. Das heißt, 3, 2, 1, Gibi. Und ich bin halt hier der farbige Baller. Mal gucken, wo meiner landen wird. Meiner ist bei... Oh, da ist er. Oh, guck. Ja. Was? Meiner hat die hier. Alter, Leute. Wir haben erstmal eine geile Waffe und wir haben jetzt hier 0 W-Wack. Das heißt, wir bleiben bei 2.500 W-Wacks, die wir ausgeben müssen, wenn wir gleich verlieren werden. Ich würde aber sagen, ich öffne ganz kurz hier die Kiste, kriege... Uuuuh, Digga. Egal, Schildrank und sogar noch eine Waffe, die ganzen Ordnung ist. Bin ich zufrieden mit, Bruder. Was hast du? Ich will die W-Bucks, das erst mal. Warte mal. 1.500. Anan Sati. Bruder, wachst du schon ein Schaar? Egal, mach, komm. Gold in der Mitte. Äh. Ist okay, ist okay. Ja, ist okay. Bruder, ich liebe die Waffe. Ich vermisse die voll, ja. Und übrigens, Leute, an dieser Stelle nochmal danke an das Verlaufen, der mir seinen Account geliehen hat, weil er halt eben die Map hier gebaut hat. Kuss geht auf und aus. Nein, Kuss geht raus. Auf und aus nicht. Kippie. So, André wieder mit seinem Puck, Alter. Ist so, oder? Der hat gar... Schmocky hat auch einen farbigen Ball. Wo ist er? Ne. Wo ist er? Ne, komm. Nein. Tut mir leid. Oh, du hast ihn gerade weggekriegt. Ja. Und wo ist der Puck dann, André? Hast du gesehen? 1.500. Auch 1.500. Okay, André, öffn du zuerst. Und... Brap. Okay, Schmocky, du jetzt? So, Schmocky nimmt das linke Lama. Komm schon, Baby. Und er kriegt... Immer Glück. Er hat immer Glück. Oh, Halt's Maul, Junge. Die ist stark. Wir machen nochmal eine dritte Runde, Alter. Und jetzt brauchen wir den Shotgun, Junge. Sonst heule ich gleich. 1, 2, 3. Hierhin. Komm, gib mir irgendwas Gutes. Okay. Er geht wieder hoch und wieder runter. Und... Oh, oh. Nochmal bei Null. Nochmal bei Null. Die Sache ist... Was krieg ich jetzt für eine Waffe? Gar nichts. Ja, ähm... Ja. Ja. Ich krieg keine Waffe. Die muss ich wieder einzahlen. Und du, Bruder, bist bei... 5.000. Alter, du bist... Das ist schon PC verkaufen oder was? Ey, du... Ey, ich muss... Warte, warte, warte. Damit ich das nicht zahle, muss ich gewinnen, ne? Ja. Ihr werdet euch alle so penetrieren. Sogar Schmocky... Bruder, aber... Das krasse ist, das sind legendäre Waffen. Ja. Und es gibt nur legendäre Waffen bei 5.000. Deswegen, Bruder... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, Junge. Die Sache ist, irgendwie will ich mit Bruder in ein Team, weil er eine geile Waffe hat. Aber ich will auch irgendwie nicht mit ihm in ein Team, weil er so viele V-Bucks auf dem Konto hat. Aber gut, Andi und Schmocky, ihr müsst auch nochmal machen. Von daher, let's go. Der Puck ist ganz klar. Schau mal, wo mein Bastet war gelandet. Wo ist er? Ja. Und dann krieg ich das hier, oder? Aber dann kriegst du 2.500. Und André 1.500. Guck mal bei André. What? Ich will mit André in ein Team. Boah, weil André hat geile Waffe und wenig. Und Schmocky hat... Nein. Er ist komplett broken. Schmocky, lass uns jetzt durchlöchern, ja? Also, Leute, ihr könnt jetzt hier den W-Bucks-Stand von jedem Einzelnen sehen. André, Schmocky, Burak und ich. Und jetzt losen wir eben die Teams aus. Also, Leute, jetzt kommt die Team-Auslosung. Burak, gebt mal eben kurz die Punktetafel an. Also, warte. Für wen ist die erste Tafel? Die erste Tafel ist für mich, Leute. Und die 2 Zahlen, die am höchsten sind, kommen zusammen. Und die 2 Zahlen, die am niedrigsten sind, kommen halt eben auch zusammen. Die 1. ist jetzt eben für... Sagen wir, die 1. ist für Schmocky. Okay, der ist was für Schmocky. 3. 10. Okay. Die 2. machen wir mal kurz für André. 6. Okay. Jetzt für Burak. Komm, bitte. Halt! Also, Leute, bis jetzt ist André und Burak zusammen. Und jetzt für mich. Komm. Was? Aber André ist gut. Aber ich bin mit 1. Ich bin mit Schmocko. Wir sind Bruder. Ich hatte 1. Ich bin mit André. Hattest du die 1? Ich hatte beide 1, Digga. Ich dachte, André hatte die 1. Ich sag doch, Flaschnuppentisch. Aber Absinke mit den 5.000 V-Bucks. Jungs, ich geh hier kämpfen. Verpisst euch mal. So, Burak. Ich würd sagen, das finale Deathmatch kann aber schon beginnen. Sagt halt, Leute, wir haben jetzt nur 3 Leben. Sprich, wer halt stirbt, der verliert eben. Und zusammen haben wir um die 9.500 V-Bucks. Ja, Leute, tut auf jeden Fall ein bisschen weh. Genauso wie wenn der Halsschmerzen gerade haben an der Jackson. Aber gut, Leute. Ihr könnt mir gerne eine gute Besserung wünschen. Und einen Daumen nach oben da lassen. Und ganz wichtig, ich benutze mein Crater-Code KidMave. Jungs, Bruder, sie sind schon hier. Oh mein Gott. Warte. Oh shit, Digga. Das hat voll schwer mit dieser Machen, ne? Komm, die anderen, kommt. Digga, geh weg. Pass auf. Die wollen auf Nähe kommen. Wir müssen die fernhalten. Das ist ein Schlescher, den Bruder. Wer ist er? Nein, ich bin dir nicht korrekt. Ja, Gott, Digga. Okay. Ja, Bibi. Es geht um Geld. Es geht um Geld. Das ist kein Spaß, Alter. Ey, das ist ein André-Sportschutz. Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Schmocki. Nein. Ah, Mann. Ah, shit, Digga. Bruder, wir haben jetzt beinahe ein Leben verloren. Ey, komm, Bruder, schon wieder das Leben wieder. Ja, Digga, wir holen die jetzt. Wir müssen die irgendwo auf der Ferne halten. Ich bin da schon hinten. Nein. Chill, 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 chill. Bruder, du kannst hier holen. Die sind aufmerksam auf mich. Lol. Oh, einer hat, boah, einer hat gerade drei, aber es hat die. Oh, 50 hat ich gemacht, Achmed, hast du mich. Noch ein. Er hat 50 Leben oder so. Bam, Jungs. Digga, was ich gerade für geile Shots gedroppt habe, Alter. Und jetzt erst mal, Jungs. Bruder, lass mal hier oben. Warte, Bruder, chill, chill, komm, komm zu mir. Ich komme. Danke, André. Oh, mein Gott, Bruder, ganz schmockig. Ey, Bruder, oh, mein Gott, ich hab dir auf jeden Fall low gemacht. What? Pass auf. Digga. André ist über low, hol ihn. Oh, Rückzug, Rückzug. Oh, shit. Ey, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Nein. Wo? Ey, dieser Armbrust ist so müll. Bruder, ich bin so low-life, ich bin one-shot-gefühlt. Oh, mein Gott. Oh, Digga. Ich treff gar nichts. Oh, shit, 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 shit. Das ist mein letztes Leben. Mein letztes Leben. Nein, 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 nein. André ist noch. Oh, shit, nice. Warte, 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 ist André nicht raus? Nee, nee. André lebt noch. Oh, mein Gott. Nein, ich bin tot. Ich bin raus. Ich bin tot, Digga. Als ob, Digga. Oh, was? Okay, Bruder, geht es alles um dich, Digga. Bruder, Schmocki wird mich so rapen, der meint das auch wieder full ernst. Ja, Junge, Troy. Junge, jetzt Troy hat, Alter. Bruder, es geht um Geld. Schmocki, bitte. Jetzt komm, Bruder, mach jetzt seinen Ninja-Warrior, Digga. Gib ihn. Also, richtig schwierig. Und wir haben die erste Runde verloren. Ah, Bruder, die erste Runde lief nicht so gut. Aber, Leute, wir machen ja zum Glück ein Best of Three. Deswegen haben wir noch zwei Runden Chance, um das Ganze wieder reinzuholen. Aber, wenn wir jetzt noch einmal verlieren, sind wir halt komplett Chaumiau, Alter. Oh, shit. Hör auf. Ja. Oh, Digga. Digga, Junge, ich treffe gar nichts, Junge. Ey, ich hasse diese Waffe, ne. Ohne Scheiß, Junge. Ey, Leute, ihr wisst in den Kommentaren, ich spiele eigentlich immer nur Pumpkin oder sowas. Und nicht so in den Müll. Guck mal, wie er tanzt. Guck mal, wie er tanzt. Du Kleiderbeist. Ich bin richtig, ich habe direkt Kamer kassiert. Oh, shit. Oh, okay. Der Hit war gut, der Hit war gut. Ach, mit André ist mega Lowlife, Digga. Der müsste gleich dauern gehen, habe ich gehört. Ey, Schmocki, pass auf, der ist richtig gefährlich, Digga. Nein, nein. Komm, Schmocki, komm. Ich habe ihn. Nice, Digga, aufgehst. Komm, Brudach, jetzt haben wir die Chance. Komm, 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 Digga, wir holen das. Brudach, ich komme. Nein. Nein. Oh, what? What's up. Ich habe nicht mal den Schuss gesehen. Er wartet da drin so ecklich. Oh. Was? Den habe ich, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Den haben wir, alles easy. Ich habe ihn. Nein. Lass dir Zeit. Ey, Brudach, bitte. Gib mir irgendeine Waffe von dir. Brudach, ich höre. Guck mal, wenn wir schon V-Bugs teilen, Brudach, gib mir mal eine gute Reinschaffel und dann nimm die dafür. Okay, warte, nimm dafür die hier. So, jetzt, Junge, jetzt kommt unsere Zeit, Alter. Jetzt werden wir alles zerstören. Komm, die Waffe ist auch nicht besser. Okay, der Schmocki, der Schmocki. Oh mein Gott. Muss nachladen. Nein, André, auf. Digga. Komm, Herr Burack. Oh, shit. Oh, Digga. Er kommt rum, er kommt rum. Nice, den hast du, den hast du. Nein. Oh mein Gott, Schmocki ist da. Ich hätte mir sowas noch nicht zeigen, ne? Oh, shit. Oh mein Gott. André, bist du schon tot? Ich bin tot, ja, scheiße. Okay, André ist down, Digga. In dem Fall, dass ich sterbe, ich bin... Uuuuuh. Schmocki, Schmocki, Bruder. Ey, wir können darüber reden. Wir können darüber reden. Ey, warte. Wollen wir das so machen? Schmocki, hör mal. Chill, 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 chill. Wollen wir das so machen? Wir haben beide noch ein Leben, ne? Das heißt, wir machen es jetzt so, der letzte Kill entscheidet. Also, wenn wir jetzt gewinnen, entscheiden wir über alles und gewinnen das ganze Battle. Und wenn ihr jetzt gewinnt, habt ihr halt sozusagen auch entschieden. Okay, lass drauf einschlagen. Ja, dann schlag ein. Hier, Bruder, was? Ja, egal, Leute. Auf jeden Fall würde ich sagen, jetzt kommt das richtige Finale-Battle. Eins gegen eins gegen Schmocki. Yay. Okay, täuscht mich nicht. Der beste Spieler, den ich kenne. Digga, ich würde gar nichts treffen. Achmed, ich würde dir gerne auch so einreden, dass du jetzt das schaffst und so, Bruder, aber ich glaube, du schaffst das nicht. Ich auch nicht. Ich bin Schmocki. Es gibt mir immer die krassesten Headshots in den Aufnahmen. Ah, egal. Ich würde sagen, Schmocki, bist du bereit? Ja. Dann geht's los in drei, zwei, eins. Oh mein Gott. Junge. Oh, ich glaube, ich muss nur ein Headshot ballen. Einen Headshot ballen. Egal, als ob du mich jetzt mit einer Abbrust ziehst. Oh, was? Digga, Bruder, danke für den Waffen. Habibi, es geht um meinen PC, sonst bin ich arm. Ich muss dich verkaufen. Hör auf, mach mir nicht so Druck, Alter. Ekelhaft, vor allem du hast noch Schild. Ich fass es nicht. Ich habe kein Schild mehr. Oh mein Gott. Mocki. Ach, mein Held. Der ist slow, der ist slow. Oh, hör auf. Ich zitter. Oh, meine Hände. Oh, mein Hände. Oh, mein Händler. Digga, Schmocki, mein. Ach, mit mir spenden. Scheiße. Ach, mit, wie war nochmal der Deal? Du zahlst an. Ja. Habibi, ich wollte nur sagen. Buddy disconnected. Ja, gut, Leute. Dann gibt es jetzt 9500-Wiebeiß-Gewinnspiel von mir. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, Leute, dann folgt mich gerne auf Instagram. Die Auflösung gibt es wahrscheinlich in 3-4 Tagen oder sowas. Ansonsten würde ich sagen, checkt auch gerne die Jungs ab. André, Schmocki und Burak alle. Verlinken unten in der Videobeschreibung. Ich war auch schon mal wieder ein richtig geiles Video. Sorry für meine Stimme und so weiter. Und wenn irgendwie das Video ein bisschen komisch war. Ich bin halt gerade eben krank, Leute. Ansonsten, ja, egal, Jungs. Macht's gut. Haut da rein. Ich gehe jetzt fenn. Peace.